hallo und willkommen zurück zu let's play ukulele ja es war eigentlich ganz einfach das molekül bau da waren ja die angeknacksten stuhl sagen wir mal und der ente ist ja die granatenberge die wir essen und dann noch granaten schmeißen und dann kriegt man das molekül wir haben den molekül wir haben dein molekül gefunden doch hervorragend wenn du bereits für die transformation bist gehe zum dna tor und drücke a nicht bewegen das könnte piksen sei die bereit zur transformation ja schneepflug hervorragend ein schneepflug damit hatte ich nicht gerechnet nutze öl um zu beschleunigen nix um zu pusten und du das bitte noch meine einfahrträume ja das ist äh äh ja lustige starken so was kann man jetzt mit dem molekül steunen steunen daher gehen zum beispiel was er steunen der miese zum beispiel also ich muss schon so exquisite arbeit jetzt sei es gut und bringen mir zurück doch reden mit mir nicht möglich ist weil du noch ein schneeflug bist ich meine so quasi die ganzen schneehafen mit dem überfahren und da sind die hüte von denen drin habe ich das richtig verstanden das große glaube ich dürfen auch nicht ja bring mir mein hut zurück dann bin ich ein glücklicher vieh treiber können wir sieben drei nicht machen wir vielleicht granaten das ist möglich so So, das Wasser glaube ich nicht. Schauen wir mal, da kommen wir auch nicht hinterher, da ist aber gar nichts. Jetzt fahren wir mal wieder zurück. Wie viele sind denn eigentlich 5 oder? 4 oder 5? 4 oder 5 oder 5? 5. 6. 14. Ah, ich springe jetzt mal so. Ich glaube, da war ja auch so verdächtiges Zeichen. Zum Beispiel das von Planker da. Das ist da zum Beispiel. Das ist vielleicht auch Vollfit-Granaten. Und äh... Und äh... 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 ... Äh... 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 Gewürzt? Oder überhaupt? Ey, geht das nicht? Dann vielleicht Feuer. Ich anscheinend nicht. Eideosaki noch. Da war nichts. Oh ja. Das ist mit der Aussicht. Wichtig. Ja, Steuerung. Oh. Wo bin ich mir da? Dann gibt es eine dicke Umarmung. Ah, Mann! War da noch was? Na, da waren nur die Granaten. Ich meine, ich wollte irgendwo nur so Eisbier gewohnen. Was? Nummer drei. Nummer drei. Da ist nur einer. Mein Hut, es macht mich top, also bringt ihn mir, top, top. Top 4. Das war, was man denkt. Okay, mit dem Müll dort lohnt. Das waren doch mehr bei Tio, oder? Was sollen wir das sehen? Was sind das? Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs verschiedene. Und hier haben wir, was auf mein Nutz war. Wir können ja den, was wir haben. Das Mützchen, Schlappeln, oder? Ja. Ah. Oh. Yes. Heute... ... 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 du wo ja auch Comso orah na nur der wissen oder oder ha das multiagier oder ja genau ha hello ha 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 das ist er ich schreibe mich in die oberfläche und der ist dumm Jetzt probieren wir mal, ob das mit den Granaten vom Blanker funktioniert. Wo waren denn jetzt die? Waren die da Granaten oder da? Ich glaube, wir haben die Granaten. Ja. Ich glaube, wir haben die Granaten. Na! Okay! Okay. Oh, ich bin so gut. Was ist so gut jetzt? Man, nur noch die U-Bahn. Ach Mama, wieder ihr Erfolgserlebnis. Na! Awww. Fuldernieben. Fuldernieben. Oh, ja. Was gut gehen wir langt. Wider ist. Wider ist. Wider ist. Wider ist. Wider ist. So. Oh. Hier schon. Bin jetzt ruhig. Höchste Zeit. Keupte, B kommt jeden Moment von seinen Geschäften zurück. So, nehmt eure Belohnung und verzieht euch, nutzlose Böchhaar. Danke, Planker, aber wir sind keine. Genug geredet. Macht die Fliege. Ja, ich bin neugvoll. Ah. Vorher das mit den Eisern, möchte ich jetzt trotzdem noch once probieren. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, so wird schon mal nix. Oh, okay, geht's. Okay, geht's. Okay, geht's. Ah, mir rennt die Auma zum Atmen. Moment mal. Was machen wir mal die Beschusschen? Granaten probieren wir mal noch. Ja, aber da müssen wir mal übel schreuen. Der Bratpick hat ein übelst lang, wenn das so ist. Was ist das? Was ist das? Ah. Oh, der hat's glaube ich gegessen. Aua. Oh, komm. Sonst wird's nicht eingeschränkt. Oh, der liegt auch in diesem Ball vor. Wird passiert doch ganz wichtig. Das sind die Energie-Kleuer. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. What is that again? Oh my god, that is not the problem. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Also dann, das war's da für euch wieder, bis zum nächsten Mal und ciao.